Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 10. Mai 2022. Ihr hört Geek Talk Daily 1193. Heute mit den folgenden Themen. Facebook, Fortnite, Spotify, Axie, Daueraufträge und digitales Aufräumen. Ich starte gleich mal nicht mit dem Aufräumen, sondern mit Facebook. Die haben Hals über Kopf eine Mail verschickt an ganz viele User. Meiner einer hat sie noch nicht bekommen, meine Frau schon zum Beispiel. Die Facebook-Freunde in der Nähe, ortsbezogenen Dateien werden nicht mehr aufgezeichnet und von den Servern gelöscht. Hat Facebook was gelernt? Hat Facebook Angst vor einer Klage? Was ist denn da los? Facebook will freiwillig Daten löschen? Das glaube ich nicht ganz. Aber es ist so, Freunde in der Nähe, die Funktion wird eingestellt. Das Einzige, was mir dabei gefallen hat, ich meine, wenn ich Freunden sagen will, wo ich bin, dann teile ich das mit anderen Möglichkeiten, sicherlich nicht über Facebook. Das Einzige, wobei ich das sehr gern genutzt habe, ist, wenn es irgendwo auf der Welt eine Naturkatastrophe gegeben hat oder sonst was, eine Bombe oder irgendwas passiert ist und ich weiss, ich habe Freunde da. Dann hat ja Facebook jeweils, sofern man da in der Nähe war, den jeweiligen Nutzer angefragt, hey du, warst du da mit dabei? Bist du okay? Und wenn man okay war, hat Facebook diese Meldung an all die Freunde aus dem Netzwerk ausgegeben. Das war die einzig sinnvolle Geschichte. Aber glaubt jetzt nicht, dass Facebook brav geworden ist und euch nicht mehr trackt, nicht mehr wissen möchte, wo ihr seid und die Daten mit anderen Daten verbindet und dann auch noch mit WhatsApp und, ach ja, Instagram wäre da auch noch. Nee, es wird einfach, wie gesagt, nur diese Freunde in der Nähe Geschichte gestrichen. Weiterhin wird Facebook euch noch verfolgen, sofern ihr das nicht deaktiviert und oder über die App oder, wie gesagt, die Einstellungen von eurem Smartphone, egal ob Android oder iOS, komplett blockiert. Eingestellt wird das Ganze ab den 1. August 2022. Das heisst, ihr solltet vorher noch die Daten runterladen, sofern ihr die da haben möchtet. Möchtet ihr euch noch erinnern, als Apple, oder wie gesagt, als Fortnite Apple und Google verklagt hat und dann als Google und Apple Fortnite zurückverklagt haben? Schon über ein Jahr ist es her, jetzt geht das Ganze weiter. Also ja, die Geschichte mit dem Rückwärtsklagen ist ja noch in Arbeit, aber Fortnite hat nicht nur drüben mit dem, ach wie heisst dieses Gaming-Zeugs schon wieder, GeForce von NVIDIA die App auf das iPhone zurückgebracht. Da ist es ein bisschen schwieriger, lange Wartezeiten und dann doch irgendwie der Pflichtteil des Abos. Nee, jetzt haben sie Microsoft soweit überzeugt oder Geld in den Rachen geschmissen, dass die das in die App, jetzt geht es schon wieder nicht, Xbox Cloud Gaming Geschichte mit aufgenommen haben. Und zwar als erstes komplett kostenloses Spiel. Das heisst, man muss sich dazu nicht mal ein Abo klicken, man kann kostenlos unter anderem eben neben Androids und Windows und Xboxen auch auf dem iPad und auf dem iPhone im Browser das Spielchen spielen. Na, da bin ich mal gespannt, was Apple dazu hustet und was da so noch weitergeht. Google natürlich auch. Weiter geht's mit Spotify und für einmal ist nicht Google, die eine App einstellen oder eine Dienstleistung. Dieses Mal ist es Spotify. Spotify Stations, möchtet ihr euch noch erinnern, wurde im Jahre 2018 vorgestellt, ins Leben gerufen. Was ist das? Das ist eine separate App, die es euch erlaubt. Playlisten, Radiosender etc. auf euch zugeschnitten. Irgendwie, ich habe es schon wieder vergessen, was die App konnte. Und da geht es wahrscheinlich vielen. Man hat die App nicht wirklich genutzt. Was ich gesehen habe, der Jared Newman, der hat sich beschwert, dass Spotify diese App, und zwar ziemlich schnell schon, per 16. Mai, also nächste Woche, einstellen wird. Schade für die Nutzenden, aber man soll zumindest die Radiostation auf Wunsch in die Spotify-App mit rein integrieren können. Na dann, happy Spotify oder wechselt zu was Schlauem. Weiter geht es mit Axie Infinity. A-X-S, eine Kryptowährung, die es neu bei You, beim Schweizer Konto, für solche lustige Handel mit ETFs und Ähnlichem gibt. Ja, was ist das? Axie ist, kommt von dem Spiel. Wer sich genauer darüber informieren möchte, ich habe dazu einen Blogpost verlinkt, das ziemlich, ja, umstritten ist. Denn nicht nur, dass sie das Ganze zu einem, wie sagen wir so schön, Schneeballsystem gemacht haben und Familien in fernen Ländern wie Venezuela und Philippinen dazu gebracht haben, dass die in 24-7 ihre kleinen Viecher vorwärts bringen, nee, sogar vor circa vier Wochen fand der grösste Kryptowährungsklau statt, nämlich 500 Millionen US-Dollar wurden der Kryptowährung abhanden gegangen und das ist natürlich ziemlich unschön. Ich würde mir das dreimal überlegen, ob ich mich an dem Teil beteiligen würde. Aber wie es so überall bei diesen Krypto-Geschichten ist, es kann unglaublich nach oben gehen, es kann aber auch wie bei allen anderen Geschichten unglaublich nach unten gehen. Damit wirst schon sicherer, wenn ihr Daueraufträge einrichtet und das kann neu You auch. Auch dazu kleinen Blogpost für euch im daily.tiktok.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken und da hat es auch einen kleinen Code, wenn ihr das selber mal austesten möchtet. Aber jetzt geht es in Richtung Frühlings-Spots. Wie haltet ihr das mit dem Aufräumen auf dem digitalen Schreibtisch, generell auf dem Computer? Wie kriegt ihr da Ordnung rein und oder seid ihr da sehr gewissenhaft und löscht vorab immer alles? Ich habe mal ein bisschen zusammengetippt, wie ich das mache mit diesem digitalen Aufräumen mit Hazel. Und nee, nicht Hazelbrocker, aber ihr wisst ja. Geht in die Shownotes und lest es euch durch. Und sagt mir doch überall die ganzen Kanäle, wie ihr das so haltet. Würde mich sehr stark Wunder nehmen. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.